Ich grüße euch, meine lieben Freunde, dass ihr wisst, als klar und willkommen zu einem ganz, ganz wichtigen Ankündigungsthema. Und zwar habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass ich mal gestreamt habe und ich es jetzt nicht mehr kann, da ich zwei Videos pro Woche rausbringe. Das möchte ich ändern, denn ich leerte jetzt ab sofort jeden Samstag Minecraft hoch und alle zwei Wochen werde ich freitags streamen oder halt eben Europroximalator aufnehmen. Also heute Abend wird ein Livestream kommen, nur dass ihr es wisst und nächste Woche wird dann wieder kein Livestream kommen, dafür eure Proximalator. Und das wird dann die ganzen Wochen, das ganz, ganz lange so weitergehen. Nur dass ihr es wisst, ganz, ganz wichtig, bitte nicht vergessen. Tschüss!